Kann ich nicht machen. Kann ich bei dem Checkpuls machen gerade? Hey, was ist denn jetzt hier mit dem Server gerade los? Ist irgendwie brutal am absparsten. Normal kann ich doch, wenn ich jetzt hier stehe, mit Maus gerade Checkpuls machen. Aber das ist auch nicht normal, dass der hier so steht. Kann ich den schlagen? Ich treffe jedenfalls nicht. Wer weiß, wo ich gerade stehe und einfach nur in die Luft schlage. Hallo? Hört mich jemand? Ist hier noch wer? Was ist denn mit Daisy gerade hier los? Ich gehe. So, tschüss. Die stehen da noch. So, lassen wir sie mal da stehen. Ich hätte ja gerne noch ein Statement von dem Axtmörder gehört. Zu seinen Taten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die anderen Kiddies den einfach nur der abgefuckt haben. So wie mich eben der eine Kleine. Ist einfach zu früh. Weißt du, um 8 sind die im Bett. Da kann man normal Daisy spielen. Ach, guck mal, hier hat einer einen Garten gemacht. Sehr schön. Sind die noch da? Was ist denn hier los? Verstehe ich nicht. Komm, ich bin eh Newbie. Kann ja auch in die Police Station rennen. Hallo? Hüpf doch drüber. Alter, ne? Die V-Taste, ey. Die kann ich auch manchmal echt gern haben. Kann ja auch mal ein bisschen Spaß in Daisy haben. Wenn ich jetzt wieder gestorben wäre, wäre es ja wurscht gewesen. Hallo? Ist hier jemand? Newbie ist am Start. Es liegt womöglich eine Mine oder eine Bärenfalle schon wieder hier drin. In Häusern ist das auch echt fies, ey. Weil du es einfach überhaupt nicht siehst, wenn du in die Ecke läufst. Hier wird es bestimmt gar nichts geben. Weil ja hier schon alle Welt rumgeturnt ist. Keine Bärenfalle. Ist ja mal ein Ding. Ist mal was Neues. Hm. Ja. Hat gelohnt. Hat sich voll gelohnt. Oh, ich glaube der Fabi ist wieder da. Hat sich sowas von gelohnt, ey. Kackt die Wand an. Ja. Ich überlege gerade, ob ich mich vom Gebäude stürzen soll. Wurde ich ja echt immer noch gerne. Ah, guck mal. Hier ist ein Apfelbaum. Ey, ich kann gerade nichts machen. Ich glaube, dass, äh... Ich weiß nicht, der Server oder bei mir gerade hier alles abkackt. Also, ihr habt noch normales Bild. Kann mal, kann mal jemand was im Chat sagen, ob hier noch alles, äh... Ja, also jedenfalls sieht es bei mir so aus, als wäre hier noch alles normal. Eine schöne pinke Mütze. Kann ich nicht nehmen. Okay. Ne, hier kackt gerade alles ab. Hier kackt gerade alles ab. Super. Womöglich bin ich eigentlich schon längst tot. Ich bin quasi gerade ein Geist. Ne, das bringt nichts. Ich, äh... Kill mal gerade das Spiel. Ach, scheiße. Das Bild ist da. Okay. Ja, ich sehe es bei mir eigentlich auch. Aber irgendwie kann ich nichts machen. Das ist ein bisschen komisch. Ich gehe einfach nochmal neu auf den, auf den Server. Und dann gucken wir mal... Was, ob es dann geht. Hm, komisch. Komisch, komisch. Favorit. So, Moment. Ich muss mal gerade hier nochmal raus tappen. Okay, das läuft alles. Gut. So. Okay. Dann versuchen wir es nochmal. Ist er jetzt wieder eingefroren? Ne, hä? Ja, mach doch mal. Ich habe doch Doppelklick. Connection fällt. Ich glaube, der Server ist abgekackt. Jupp. Der Server ist weg. Da ist er. Komm ich drauf? Connection fällt. Was ist denn los, ey? Ich starte mal das Spiel komplett neu. Mal. Komisch. Komisch. Gucken wir mal. Oh. Oh. Meine Fresse. Hm. So, ich gucke mal gerade in Steam, aber hier ist nichts irgendwie wegen Update oder so. So, starten wir es nochmal. Komplett neu. Gucken wir mal, was passiert. Na, so. Kann ich nochmal gerade raus tappen. Ai, ai, ai. Was ein Scheiß. Ach, jetzt habe ich das wieder vergessen. Das da, so. Jetzt haben wir wieder ein Bild. Der Fabi hat echt was. Ach, da ist er. Guten Tag. Hallo. Du hast echt sowas Geiles verpasst, ey. Während du weg warst, hatte ich echt mehrere Highlights. Also wirklich Day-Z-Highlights. Ich war am Looten und gehe in so ein Police Station, laufe die Treppe hoch und da liegt eine Bärenfalle und ich bin voll reingelaufen. Und dann bin ich durch die Stadt gekrochen, auf der Suche nach Bandagen, weil ich keine Racks mehr hatte. Und habe die ganze Zeit über Ingame um Hilfe gerufen. Dann kam irgend so ein kleines Kiddy und hat mir erst, wollte er mir helfen und dann hat er mich erschlagen. Und dann war ich noch, dann nach dem Neustart, war ich Teil eines Massenmordes. Und jetzt ist der Server irgendwie abgeschmiert. Also es ist ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt draufkomme. Ne, ich habe die ganze Zeit ein Connection Fail. Der Server ist irgendwie komplett down. Wie lange war ich denn weg? Nicht lange, aber es war Action pur. Ach, komm ey. Jetzt ist Day-Z wieder eingefroren. Oh, was ist denn hier heute los? Ganz im Ernst. Also ich versuche es jetzt nochmal. Ansonsten, äh... Ich habe jetzt den Day-Z-Prozess gekillt. Aber irgendwie doch nicht, anscheinend. Hallo, warum ist denn der noch da? Hä? Was denn jetzt? Toll. Also wenn das jetzt, wenn es jetzt wieder nicht funktioniert, dann, ähm, beende ich halt den Stream für heute. Ich wollte eh nicht mehr so lang machen. Machen wir halt ein bisschen früher Schluss. Weil, das, das wird hier ja nichts mehr. Simpel gesagt. Äh. Aber ich glaube, dass der... Ich weiß nicht, vielleicht ist, sind, werden die Server gerade geupdatet? Ich habe keine Ahnung. Wäre ja... Was mich ja sowieso die ganze Zeit wundert. Du hast ja einen ganz anderen Startscreen als ich. Ja, weil, das kannst du umstellen. Ich habe den neuen. Achso, ich dachte, das ist bei allen. Das kannst du irgendwo, kannst du, du musstest das irgendein Parameter bei der Verknüpfung angeben. Müsste ich nochmal nachher gucken in Steam. Ah ja, das ist wirklich, ich habe mich nur gewundert. Dann kannst du auch den neuen haben. Was eine Action gerade, ohne Scheiß. Weißt du, dann bin ich irgendwo am Meer, bin ich neu gespawnt. Weil ich halt, der hat mich unconscious geschlagen. Das Kitty. Und auf einmal, ich laufe einfach auf die Hauptstraße. Und dann stehen da drei Leute und sind sich am kloppen. Und dann bin ich hingerannt und habe halt noch mit denen geschwätzt. Und dann hat der eine... Ach, mitgekloppt. Ne, der eine war eigentlich full equipped. Also der hat Waffe gehabt und Axten. Dann hat er die anderen zwei angefangen umzu-Axten. Dann wollte er noch auf mich losgehen. Aber dann ist irgendwie das Spiel halt abgeschmiert. Also, beziehungsweise der Server ist abgeschmiert. Aber jetzt sind wieder 14 Leute. Ne, jetzt... Doch, jetzt sind wieder 14 Leute drauf. Gut, ne. Connection failed. Okay. Dann... Ja, verabschiede ich mich jetzt hier aus dem Stream. Es war sehr witzig. Ganz im Ernst. Es war echt sau witzig. Ja, noch gut, dass ich halt alles verpasste. Ja, das stimmt. Wir hatten Action. Wir sind... Ich bin zweimal gestorben. Quasi. Und es war noch ein bisschen lustig. Jo, dann... Danke fürs Zuschauen. Und... Ja, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Bis Siekowski.